Hallo Freunde, Herzlich Willkommen und Herzlich Willkommen Hallo Herr Bundeskanzler und genau. Tut mir leid Leute, aber wir müssen jetzt mal was reden. Ich habe was von ziemlich scheiße. Und das ist Putin. Und das will ich jetzt euch nicht vorhalten. Putin hat eine Hand und Friede. Ich glaube nicht. Er will nur eins. Putin will eine Friede. Aber das, was er jetzt zahen hat, bin ich scheiße. Und das will ich jetzt auch. Herr Kanzler. Er will, dass... Er will, er spricht, er spricht, er spricht. Ich will jetzt nur noch Putin mal fragen. Er spricht. Er spricht. Du bist ein Egoist und bleib einer. Entschuldigung. Heute spricht. Und ich würde jetzt mal sagen, Putin, du hast einfach die armen Kulturen behinderten Menschen umbrannt und das musst du büßen und viele andere auch. Ich sag so, Putin, dass du nicht weißt, warum. Genau. Genau. Geh ich hin, Russland. Genau. Geh, kämpfe und sag, ich will mal sprechen. Und sag, entschuldigung. Und fragt deinen Männern zurück. Und das will ich dir sagen. Aber nein, du bist nur ein Verstörer. Und das will ich dir sagen. Du bist nur ein Verstörer. Du bist, guck mal, du hast viel, äh, viel Vorball. Äh, du hast, nein, nichts lernen. Ich hab dich untersucht. Äh, äh, genau. Hast du immer noch nichts lernen? Hast du nichts lernen? Frag dich mal selbst. Putin. Und dein Männern. Wenn du jetzt nicht umkehrst und mal nachdenkst, hock im Stuhl, hol deine Tochter und red mal. Und dank dir. Und sag, hör auf. Aber nein, du bist nur ein Verstörer. Ein Leid. Und das will ich dir mal. Vorsicht, sag. Schalt deinen Trumpas ab. Dann redet ihr im normalen Match mit dir. Und das will ich dir sagen. Überleg dir gut, was das ist. Und so. So. Das war's heute. Euer Kipplern. Und ihr wisst, wenn ihr Zeit habt, kommt mein Kanal, Kanal 2 und so. Und tschüss.